also ich wollte ja man kann meine rauchgranate nicht so wollen deathmatch das machen wir am wochenende wenn du hier bist okay die ratter wird einfach schnell durch und dann diese eigentlich sehr gut für die pump kann die ist eigentlich sehr gut für die pump die ist eigentlich sehr gut für die map habe ich die positionen einnehmen der feind ist im anmarsch wir treffen ihn in das rückrad warte ich kann auch nicht ziehen so ja ich habe auch die ich habe auch noch die ich habe auch noch die 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 Ok, auf long range Aufklärungsflieger bereit Aufklärung aktiv Wir haben ein Auge am Himmel Oh, Aua Mörser-Team in Position Wartet auf Zielinformationen Darf er bestreuen, Granate Darf er raus, Granate Mörser eingesetzt Die Zone wird angegriffen Aufklärung in der Luft Das war meine, meine Mörser Feindliche Bombe in Anflug In Deckung Wir haben die Führung verloren Feindliche Vorräte entdeckt Unterbindet den Nachschub Feindliche Spionage Abwehr Flugzeug entdeckt Alle Aufklärungsflüge einstellen Bis der Himmel wieder frei ist Wir haben die Führung verloren Was? Was? Unser Angriff ist scheitert Zurück zur Hauptverteilung Zurück zur Hauptverteilung Zurück zur Hauptverteilung Ich bin zwölf Ich bin zwölf Ja Also gut Wenn wir die Map spielen Ich habe schon eine Magazinerweiterung für die Map Für die Waffe Ja 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 Ich nehme nochmal Äh Oh, Magazinerweiterung Darauf klatschen Dann noch Schnelles zielen Und ruhige Hand So, jetzt bitte einer für den Müll.